Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming. Wir haben Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venis und ihren Sohn. Alle, die sich Sefetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Ich finde es sehr mutig, von dir andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst. Ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sefetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich hab ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sefetu ist hier! Nein! 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 Betu! Amen! Venis! Schaane! Kann doch nicht wahr sein jetzt! Greifen sie die Dorf an! Greifen sie die Dorf an! Oh! Könntet ihr abdrünnigen! Diese Zone ist tabu! Hier gibt's aber! So, dass sie die Torf an! Da gibt's nicht mehr! So, wie ist das? Wir haben's aber noch! Heißt doch! Wir haben's aber nur noch! Da gibt's aber nur noch alles! Ja! Und? Der wird aufer! Immer das bin! Ihr könnt, Mann und geoß gehen. Ich muss jetzt so weit wegwerfen. ARGH! 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 Alter, so wie heftig die Dekker hier. ARGH! 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 Zephetus Männer brennen alles nieder! Bleib hier. Ich kümmere mich um sie. ARGH! 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 Was? Was? Ich bring dich um! Ganz vorwärts wichtig Leute! Ganz vorwärts wichtig Leute! Alter! das ist so sorry Du hättest nicht herkommen sollen. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Oh Mann, du scheuierst alle. der muss hier echt erledigt werden es ist getan so viele leben zu asche verbrannt ist noch jemand übrig wir müssen schnell sein es kommen noch mehr es sieht so aus dass keiner überlebt hat hast du das gehört ja unglaublich du lebst ich lasse dich nicht zurück respekt wo ist man sagt respekt nein was hier ab geht in dem spiel meine vettern haben einen hof in der nähe vielleicht ist er noch sicher hilf mir pentu dorthin zu bringen natürlich ich nehme ihn so 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 Wow. Wir haben alles gesehen. Wir dachten, du wärst tot. Pentu hat überlebt. Er braucht Hilfe. Natürlich. Wir wollten Nahrung bringen und bringen tot. Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Harkouf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken und auszuschalten. Ich kann deine Leute nicht aus der Duat zurückholen. Aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen. Alter, wieder 2000 EP erfahren. Wow, das war richtig viel EP, was wir nicht farmed haben. So Leute, und jetzt haben wir ein Portant. Wir haben jetzt durch die Missionen, die haben ja alles ein bisschen gedauert, haben wir jetzt Informationen sozusagen bekommen und unterstützen für unser, wie gesagt, für unsere Sache einfach. Das ist auch immer so gut. Lass mal einfach die Sache hin, ja. Und jetzt sehe ich die Sache, machen wir diese Missionen, oder? Ja, wir haben jetzt ein paar Missionen, aber ich die Sache, wir fangen jetzt mit der jetzt an. Und jetzt werden wir müssen ihn retten, Leute. Okay, so, das sind ein paar, okay. Da ist das, move. Okay, dann heißt, wir müssen jetzt mal bitte auf Buffy. Aber okay, hoffen wir. Okay, das ist schon gemerkt, aber zumindest, hoffentlich kann er noch was uns erzählen, und zwar durch Text, äh, durch uns. Durch das, was er schreibt, Leute. Hey, was? Halt, bleib stehen! Hey! Ich spreng dich auf! Ich spreng dich auf! Ich spreng dich auf! Ich spreng dich auf! Erbärmlich! Das wird einfach gleich. Ich spür dich auf! Stürm, da, ich kann ihn trennen. So wirst du ihm nicht entkommen. Du hättest nicht hören. Alarm, hier drüben. Ich bin im Reichweite. 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 Was ist das? Das war's für heute. 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 Ich glaube, du überlebst. Das war's für heute. 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 Ich bin Comedy Gaming. Pycheed. tschüss. 石i Tschüssi Ich bin relatively